So, hallo, ich begrüße euch zu einem ganz kurzen Video. Mir ist gerade der Laptop komplett hängen geblieben. Dann hat es ein Windows Update gemacht beim Neustart. Dann gab es ein Blue Screen und es hat das Windows Update einfach fortgefahren. Also ich habe mir schon wieder gedacht, yo, was zur Hölle ist los Microsoft? Was willst du von mir? Erst sagt er mir überhaupt nichts, bleibt einfach hängen. Plötzlich kommt aus dem Nichts ein Update. Ja, alles klar. Und jetzt seit dem Update ist hier unten einfach ein Feed aufgetaucht. So ein News Feed, der kommt von MSN. Wenn man hier oben auf Verwalten klickt, dann landet man bei MSN. Was zur Hölle. Ich will weder hier irgendwas lesen, noch bin ich in Kirchenlamitz. Keine Ahnung, was das hier soll. Noch interessiert mich, was mit der Gülcan ist. Ich wollte das weghaben. Ich habe rumprobiert, bis ich herausgefunden habe, wie man es wegkriegt. Und deswegen mache ich das Video, weil vielleicht wollte das auch loswerden und habe es noch nicht herausgefunden. Man klickt mit rechts auf die Taskleiste. Und da gibt es jetzt das wunderschöne Neuigkeiten und interessante Themen. Und das schaltet man aus. Und weg ist es. Was für ein Müll. Manchmal fragt man sich echt, was sie sich bei den Updates denken. Keine Ahnung, was noch so im Hintergrund passiert ist seit dem Update. Ich will es gar nicht wissen. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Stefan. Klarn. Vielen Dank.